Hey liebe Amin, ich habe eine positive Nachricht für euch. Mein Vertrag hat sich um ein weiteres Jahr verlängert bei Klassenerhalt. Und ich als Bielefelder Junge wünsche mir nichts anderes, als dass wir die Klasse halten und nächstes Jahr zusammen in der zweiten Liga Siege feiern können. Liebe Grüße, ciao!